Herzlich Willkommen Freunde, zurück zu Animal Crossing Nego, Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 Im letzten Part sind wir dem Troll hier gefolgt Und er hat Hermine gefunden Oh mein Gott, Hermine versteckt dich schnell Okay, wir müssen ihm helfen Hallo, hier sind wir, Troll War das so schlau, Harry? Ah, hier oben Oben sind noch welche Okay, eins fehlt uns noch Habe ich echt einen übersehen? Das kann doch nicht sein, oder? Ich weiß es nicht Ich putze hier noch schön Ganz entspannt putze ich hier Aha, hier Ich wusste doch, da ist noch was Ich wusste es doch So Ja, ja Mach du da mal Ich putze sie noch ein bisschen weiter, okay? Wenn das kein Problem für sie ist So Sehr schön Gut, haben wir hier alles fertig, oder? Ja, ich glaube schon So Hier ist eine Quietsche, Ente ist auch süß Ich 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 Demolier hier mal ein bisschen So Aha Guck mal Da Da kommt Teile raus Okay So Da haben wir schon was kaputt gemacht Sehr schön Mach jetzt hier alles kaputt Meine Kann ja nicht schaden, ne? Kann nicht schaden So Peng, peng, peng Kann ich alle Spiele anmachen, oder nicht? Ich bin noch nicht so Sicher Oh Er hat uns bemerkt Äh Termine Verschwind mal schnell Wer sind die denn? Ich weiß es selbst nicht So Quitsche, Ente Was machen wir denn? Oh Gott Der bricht alles zusammen, Leute Der bricht alles zusammen Ah 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 Ich kann was machen Bam Super Wer war das? Wer war das? Da hinten? Oh Aua Komm, komm Gib her Und? Ha Küsse selber am Kopf Ha 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 Und jetzt? Und nicht mehr Achso Ich kann sein Ding nehmen Stimmt Und Ah Ach Achso Ich muss den fallen lassen, oder? Ja Super Oh Gott, ey Batsch Oh 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 Ihr beiden Geht's ihnen denn gut? Oh Oh Jetzt geht's wieder schön Ah Kommt mit Mist Der wird abgeschlossen Freie spielfrei gescheitert Super Oh Hauswappen hatten wir glaube ich 3 5, 4 53% Okay Schade Und Geschichte fortsetzen Ich hab was für den A gedrückt, Leute Deswegen haben wir fast nichts gesehen, was wir erreicht haben Sorry Sorry I'm not sorry So, wo wollen wir denn diesmal? Okay, das lassen wir mal hier Oh, du brauchst aber lange Komm, wir gehen einfach Wir gehen vor dir Wir sind eh schneller als du Du kopfloser Nick So, rein, na Den gab's glaube ich auch bis jetzt in jedem Harry Potter Teil War immer der kopflose Nick Oh, es sieht aus, als ob wir zu Flitwick gehen Ja, gehen wir Okay Dann erlernen wir wahrscheinlich Lumos Könnte ich mir zumindest vorstellen Lumos Ah, doch nicht Oder? Eine Disco-Cool Okay Was erlernen wir hier, Herr Feldwick Ah, doch Lumos Okay Oh, ich liebe dieses Lumos-Geräusch Ja, das weiß ich Genau So Dann Wollen wir als erstes mal hier wieder die Kerze anzünden Eins von vier Weil diesmal gibt's dafür einen Goldstein Oder doch nicht Hä, warte mal Was hab ich denn gerade gemacht? Ich glaub, ich hab die Bücher da zusammengestellt, ne? Kann sein So Ein Teil hätten wir schon mal Bitteschön Ah Hier haben wir auch noch Der schläft einfach Mit offenen Augen Ne, 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 ne So, könnt ihr mich hier hoch Zaubern? Ne, okay Dann Gucken wir hier Oh Gott Da ist eine Spinne Da war eine Spinne Achso Nichts natürlich So Spinne weg Hallo, Herr Feldwick Wie geht's Ihnen denn da? Sehr gut Oder nicht so gut? Guck mal Hier liegt einfach ein Teil herum Ich weiß es nicht Ha Das ist ja easy hier Wenn sie die Teile einfach nur auf dem Boden herumliegen haben Oh Fail Fail Und platzieren Platzieren Bitte Danke So Ich glaub das Spinnennetz haben wir hier kaputt gemacht Ja Oh ne, ist wieder da Was ist mit dir? Dies können wir glaube ich noch gar nicht machen So Hier haben wir nichts wahrscheinlich Ne Dann müssen wir jetzt erstmal diesen Weg hier wieder machen Äh Vengalium Leviosa So Und dich Setzen wir einfach da hin Passt schon Passt schon Leute Passt schon Guckt Wir sind oben Jetzt brauch ich aber den anderen wieder Hallo Mach mal Lumos hier So Peng 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 Ihr Spinnis Ihr seid nicht schön So Spinne jetzt weg Weg damit Weg mit dem Dreck So Hier können wir auch nochmal Oh Können wir glaube ich dreimal machen Ne Nur zweimal Okay Alles gut Oh Super Kommst auch noch weg Du Spinnne Peng 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 Ich glaube Wir müssten alle gleichzeitig anhaben Ach ne doch nicht Cool Wen haben wir bekommen? Ein Mädchen Doll Ein Mädchen Ähm Dich Kann ich nur da runterschmeißen oder? Und dich auch Beziehungsweise wir gehen mit runter Und platzieren das Und das Dann gehen wir nochmal hoch Dann fehlt er mich nur noch eins So Und nochmal Lumos hier Gucken Was haben wir denn hier noch? Können wir das da machen? Ah da ist das letzte Teil Ich sehe ich schon Äh Wir machen eben hier die Weg So Okay Dann Hätten wir es auch geschafft Haben wir schon unsere nächsten Zauberspruch hier erlernt Super 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 Bitteschön Lumos Sehr schön Oh Sogar ein Goldstein Elfstück haben wir schon Wir haben jetzt 5% 5,1 Ah Dann gehen wir mal wieder raus Äh Nach rechts Jetzt können wir eigentlich auch hier Vorbei Wollen wir nicht auch hier hin müssen Hä Hallo Herr Kopfloser Nick Wo sind sie hin? Ich muss das nicht wissen Oh hallo Oh ich helfe mal hier Bitteschön Ich habe gut geholfen oder? Ne? Okay Sorry Oh was mit dir denn? Was hast du denn da in der Hand? Gib mir das her Hallo Hallo Junge Alter Nein Hallo Ich kann ihn nicht mehr angreifen Ich wollte da noch nicht raus Äh ich wechs mal im Zauber hier Oder ich muss damit was machen Vielleicht muss ich damit was machen So Ha Er hat sich erschrocken Jetzt gib mir das Ding her Danke Büffener Mädchen Super So Hier kann man auch noch was machen Fliegende Bücher Wo auch immer die jetzt sind Ja Gut Oh Ich nicht Ich wollte ja den Stuhl einpiss 1 von 8 1 von 8 Muss ich jetzt hier wieder überall durchgehen Habe ich hier schon eins übersehen? Ich glaube schon Ne Die sind unecht Okay Die sind unecht Achso Da können wir eh noch nicht durch Alles klar Alles klar Leute Alles klar Oh Da können sie nochmal runterfallen Hier können wir noch was machen Jetzt mal die Bücher hier reintun Wow Amazing Alter Amazing Alles anmachen Schöne Stromverschwendung Falls sie dann überhaupt mit Strom betrieben werden Oh Äh Tschüss Tschüss Schüler Können wir da rein als Secret? Ne Okay Aber was hast du Achso du hast uns den Pult hier freigemacht Natürlich auch sehr nett Aber es bringt uns irgendwie gar nichts Gar nichts Ah hier können wir es mal Oh Eine Schülerin Oh schön Schön Was ist mit euch? Ihr trinkt da schön Okay Okay Ah 4 von 8 Hallo Hier auch Ach geh weg Schüler So Machen wir so 5 von 8 Supi Peng peng Das haben wir auch Was ist das Was sind das da für Knibbel? Oh Ich hab getroffen Loll Okay Dann gehen wir noch nach da oben Hallo Wer Wer Zaubert mich denn hier weg? Bist du das Du kleiner Pissar Das ist ja was hier Okay Da muss ich wohl Ah Vertrauensschüler Können da nur hin Ja Wohin gehen wir denn Zaubertränke? Ja Oh Da ist eine Katze Die ist aber groß Oh Ein Stärkungstrank Der scheint praktisch zu sein Oh Da ist die Katze Juan freut sich irgendwie Okay Alles klar Oh mein Katze Nee nee Sowas würde ich nicht sagen Nur im dritten Teil Nur im dritten Teil So ich hab hier noch ne Tür Super So ein Teil hätten wir schon mal Ja 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 Sneepy Das Sneepschen Was ist das denn? Achso Ich weiß jetzt nicht Ob ich hier Jedes einzelne Ding Hier Abmachen möchte Und vielleicht Da ist nur eins Achso Das konnte ich so kaputt machen Okay Sehr schön Ich sehe hier nichts mehr Aber ist in Ordnung glaube ich Ist in Ordnung Da ist nichts drin Oben auch nicht Wir gucken mal Ob wir die Wolke da Irgendwie Keine Ahnung So Ihr Bücher Was bringt Was habt ihr gebracht? Ihr habt nichts gebracht Ne? Uuuuh Ja ich weiß Ich weiß Ihr mögt mich nicht Ja Aber da müsst ihr nicht immer Buu rufen Ja ich hab auch Gefühle So hier Ich stelle mir irgendwas her Aua Super Ja Lumos brauche ich erst gleich Ja Herr Dumbledore Sie können Sie können mich mal hier So Hatten wir hier noch was? Ne Okay da ist nichts Hier ist auch nichts Oh Da haben wir noch das Oh hier hätten wir noch So eine Röhre Für Friese Falls er noch lebt Ne Nur dann Oh da können wir Peng Peng machen Äh hier haben wir noch das hier Wieso zückt Snape eigentlich seinen Zauberstab? Wir müssen doch die Kacke hier machen oder nicht Ja Dankeschön Für Dies hier So Einer mit Und dann holen wir uns jetzt noch Mit Kreze Oh Ne Wir brauchen Kreze Die Kreze braucht ja wer Oh Oh Komm Komm Bohlenkugel Super gemacht Super gemacht So Oh warte Ich hab Ich hab da noch was gesehen So Super Gut Zack Und trinken Bam Bam Oh wow Ich werd super stark hier Und Ziehen Stärke tragen Freigescheinet Super Und 12 Nice Tschüss der Snape Ah ne ich kann gar nicht gehen Wo geht man hier raus? Ah hier Oh Gott Früher hab ich den Ausgang echt lange gesucht Wirklich Okay Leute Das war's dann mit diesem Part Wir sehen uns dann morgen wieder Bis dann Euer Kamito Haut rein Und Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.